Er ist einer der beliebtesten Spieler auf Foodpin, er ist ein Macher und es ist ein super sympathischer Typ und zwar handelt es sich natürlich um Niklas Wilson Sommer. Wie wird seine Karriere aussehen? Wir haben ein bisschen nachgeholfen mit dem Potenzial und schauen, was er erreichen wird. Er startet natürlich seine Karriere bei Waldhof Mannheim. Vorab lasst gerne ein Abo da, falls ihr die kommenden Spielerkarrieren nicht verpassen wollt. Und zur Info, die ganzen Wechsel sind bestimmt durch meine TikTok-Kommentare, deswegen habe ich keinen Einfluss auf die Wechsel. Der Spieler des Jahres wurde Mohamed Salah und das Team of the Year ist auch vollkommen voll mit Liverpool-Spielern, also das ist echt krass, nur De Bruyne und Casemiro haben sich mit reingeschlichen. Am Ende der Saison ist Waldhof Mannheim auf dem zweiten Platz gelandet, das Ziel ist erreicht, der Ausstieg ist da. Im DFB-Pokal sah es leider nicht so gut aus, dort war direkt in Runde 1 gegen Dresden schon Schluss und am Ende hat Leipzig den Pokal gewonnen und durfte da wieder ihr Getränk reinschütteln. Die Champions League hat Paris Saint-Germain gewonnen. Hier sehen wir nochmal die Statistiken von Willi am Ende der ersten Saison, er ist auf einer 66 hoch, hat 33 Spiele gespielt, darin sind ihm dann ein Tor und eine Torvorlage gelungen, also ich würde sagen, er ist bereit für die zweite Liga. Es geht in die zweite Saison in der zweiten Liga und ihr habt euch gewünscht, dass er weiterhin bei Waldhof Mannheim spielt. Der Spieler des Jahres wurde Kylian Mbappé und im Team of the Year sind natürlich logischerweise viele Paris-Spieler, da sie die Champions League gewonnen haben. In der ersten Zweitligasaison für Waldhof Mannheim war es sogar echt überraschend stark, denn sie sind auf dem fünften Platz gelandet, waren sogar kurz vorm Aufstieg. Im DFB-Pokal konnten sie in Runde 1 Sandhausen rauswerfen, in Runde 2 musste Regensburg dran glauben, in Runde 3 war dann aber auch schon Schluss gegen Köln, ist in Ordnung. Bayern ist auch unter anderem einfach gegen Wiesbaden ausgeschieden, den Sieger habe ich leider nicht mit aufgenommen. Die Champions League hat überraschenderweise einfach Tottenham gewonnen, endlich haben sie auch mal die Trophäe. Hier sehen wir noch die Statistiken von Willi am Ende der Saison, er ist auf einer 69 hoch, hat 37 Spiele gespielt, 4 Tore und eine Torvorlage sind ihm gelungen. Ihr wart der Meinung, er ist schon bereit für die erste Liga, deswegen wechselt er nach Hertha BSC Berlin. Hier sehen wir das Team von Hertha BSC Berlin, unter anderem spielt er jetzt mit Jordan und Jesse zusammen, aber auch einfach Richard Rissalisson. Es ist echt ein absoluter Zufall, dass der dort einfach ist. Der Spieler des Jahres wurde mal wieder Kilian Mbappé und hier seht ihr noch das Team of the Year, unter anderem Bayern-Spieler, Manchester City-Spieler und Paris-Spieler, so wie wir es auch kennen. Hertha BSC Berlin ist am Ende der Saison auf dem siebten Platz gelandet und ist damit für die European Conference League qualifiziert in der nächsten Saison, da sie im DFB-Pokal zwar ausgeschieden sind in Runde 2 direkt gegen Frankfurt, aber am Ende Bayern München den Pokal gewonnen hat. Die Champions League hat Juventus Turin gewonnen. Willi ist mittlerweile auf einer 72 hoch, hat 34 Spiele gemacht und zwei Tore sind ihm sogar gelungen. Es geht in die vierte Saison für Willi und ihr wart der Meinung, er soll weiterhin beim Hertha BSC Berlin bleiben. Einige neue Spieler kamen auch mit ins Team, zum Beispiel Maignan, Raum und Burkhardt. Hier im Hintergrund seht ihr das Team of the Year. Und es war die richtige Entscheidung, ein weiteres Jahr bei Berlin zu bleiben, denn sie haben die Meisterschaft geholt, sind erster Platz gewonnen und auch im DFB-Pokal, den konnten sie auch gewinnen gegen Augsburg. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie sieht es in der ersten internationalen Saison für Willi aus. In der Gruppenphase konnten sie ungeschlagen weiterkommen, was richtig krass ist. Im Achtelfinale konnten sie dann auch Basel sogar rausschmeißen. Im Viertelfinale war dann aber leider Schluss gegen Lazio Rom und die haben auch am Ende den Cup gewonnen. Es war eine krasse Saison für Willi mit dem Höhepunkt und zwar das nationale Double. Er ist mittlerweile auf einer 75 hoch, hat 49 Spiele gespielt und ein Tor sind ihm sogar gelungen. Ich würde sagen, es geht in die nächste Saison. Und zwar natürlich weiterhin bei Hertha BSC Berlin. An dem Team hat sich auch nicht viel geändert. Der Spieler des Jahres wurde Kylian Mbappé und im Team of the Year war tatsächlich sogar ein härter Spieler diesmal dabei und zwar Baumgartner. In der Liga ist Hertha auf dem zweiten Platz gelandet hinter Dortmund und auch im Pokal sind sie relativ früh rausgeflogen in Runde 3 gegen Leverkusen und am Ende hat Dortmund auch dort den Pokal gewonnen. In der ersten Champions-League-Saison für Willi konnte er in der Gruppenphase auf dem zweiten Platz weiterkommen. Im achten Finale konnte man dann auch noch AC Mailand sogar rauswerfen, im vierten Finale wartete aber dann Manchester City, an denen kein Vorbeikommen war und am Ende haben sie auch die Champions League gewonnen. Willi ist mittlerweile auf einer 79 hoch, hat 47 Einsätze, also hat jedes Spiel gespielt und vier Tore und eine Torvorlage konnte er ebenfalls auf sein Konto verbuchen. Dennoch wart ihr der Meinung, Willi braucht einen Tapetenwechsel und ja, Dortmund war oben im Kurs, die auch die Meisterschaft und den Pokal gewonnen hatten. Aber ihr habt euch etwas verwundlicherweise für mich, für Frankfurt entschieden. Der Spieler des Jahres wurde Erling Haaland und das Totti seht ihr jetzt hier auch noch im Hintergrund. In der Liga konnte Frankfurt lediglich den elften Platz nur belegen und im DFB-Pokal konnte man zwar in Runde 2 Dortmund sogar rauswerfen, aber in Runde 3 war dann Schluss gegen Wolfsburg, die dann am Ende im Finale gegen Stuttgart verloren haben. Die Champions League hat Chelsea vertreten, Frankfurt war leider nicht international vertreten. Willi konnte sich immerhin noch auf eine 80 steigern, hat 35 Spiele gespielt, drei Torvorlagen sind ihm gelungen und ich würde sagen, es war trotzdem eine enttäuschende Saison. Schreibt mal gerne in die Kommentare, falls ein so krasser Rückschritt demnächst als Top-Comment ist, ob ich dahin weiterhin wechseln soll oder den zweitmeisten Wunsch nehmen soll. Für die siebte und vorletzte Saison für Willi habt ihr euch aber entschieden, er soll nochmal auf Titeljagd gehen und vielleicht sogar seinen Traum vom Team of Sohir erfüllen. Deswegen wechselt er nach Dortmund und schaut euch einfach dieses krasse Team an, es ist halt echt heftig. Der Spieler des Jahres wurde Kylian Mbappé und hier im Hintergrund seht ihr noch das Team of Sohir, aber dort ist nichts Spezielles, Verwunderliches. Die Meisterschaft konnte Dortmund auf jeden Fall schon mal holen, das hat sich doch mal gelohnt für Willi und auch den DFB-Pokal. Konnte BVB gewinnen gegen den Ex-Klub Hertha BSC Berlin. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie haben sie in der Champions League abgeschnitten, in der Gruppenphase konnten sie erster Platz werden vor Villarreal, dem ersten spanischen Gegner. Dann im 8. Finale konnten die Atletico Madrid schlagen, den zweiten spanischen Gegner. Dann im 4. Finale wartete Real Madrid, der dritte spanische Gegner also, den haben sie auch geschlagen. Und im Halbfinale wartete dann letztendlich auch noch der vierte spanische Gegner mit Barcelona, die konnten sie auch ganz knapp besiegen. Und am Ende hat Dortmund tatsächlich auch noch die Champions League gewonnen gegen Paris. Dieser Wechsel hat sich also vollkommen gelohnt und ausgezahlt. Er ist mittlerweile auf einer 84 hoch, hat 51 Spiele gespielt, einem Tor sind ihm sogar gelungen und er ist bereit für die nächste Saison. Vielleicht ist das Team of Sohir auch mit ihm vorhanden. Es geht also in die letzte Saison dieser Karriere-Simulation für Willi und er bleibt natürlich nach dem Jahr weiterhin beim BVB. An dem Team hat sich nicht viel geändert, es ist nach wie vor einfach wirklich geisteskrank stark, muss man sagen. Und der Champions League Titel ist natürlich dieses Jahr auch wieder drin. Der Ballon d'Or Sieger kommt diesmal von Dortmund, aber es ist leider nicht Willi, sondern Haaland. Es ist aber nicht verwunderlich, da einfach wirklich fast nur Offensivspieler zu 90 oder 99 Prozent den Ballon d'Or gewinnen. Im Team of Sohir sehen wir aber, das ist ein krasses Team of Sohir auf jeden Fall oder Borussia Dortmund of Sohir würde ich mal sagen. Verständlich nach der letzten Saison, aber das Team ist so gut wie vollkommen ausgeschmückt, nur mit Dortmund-Spielern. Und wer ist natürlich auch dabei, der Sommer ist in der Abwehr drin. Das ist doch schön. In der Liga musste man sich leider aber härter geschlagen geben, ist auf dem zweiten Platz immerhin noch gelandet. Den Pokal konnte man dafür gegen den Dosenverein gewinnen. Nun sind wir natürlich noch gespannt, wie lief die letzte Champions League Saison von Willi. In der Gruppenphase konnten sie sich knapp durchsetzen, tatsächlich auch wirklich ganz knapp nur weiter, aber auf dem ersten Platz. Im Achtelfinale wartete dann wieder ein spanischer Gegner mit Celta Vigo, gegen den sie auch knapp gewinnen konnten. Im Viertelfinale, wer hätte es gedacht, natürlich wieder ein spanischer Gegner und zwar Atletico Madrid. Diesmal unterlag man aber den und am Ende hat natürlich ein spanisches Team die Champions League gewonnen und zwar Real Madrid. Tatsächlich hat Willi einen persönlichen Meilenstein erreicht mit dem Team FC, was ich nicht unbedingt gedacht hätte. Vor allem auch nicht, dass er mal das Triple holt, aber es sollte so sein. Schaut auch gerne übrigens bei der letzten Spielerkarriere von Neymar vorbei oder halt in die Playlist, wo unter anderem noch weitere Spielerkarrieren wie Messi oder Ronaldo vorhanden sind. Ja, am Ende der Saison ist er auf einer 86 hoch, hat 50 Spiele gespielt, drei Tore und eine Torvorlage sind ihm gelungen. Es ist also ein würdiger Abschied. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank.